Herzlich Willkommen heute im Stadion, ne da, auch wenn es anders in echt heißt, aber heute geht es zwischen dem FC Ingolstadt und Hertha BSC her. In Ingolstadt am zweiten Spieltag der Bundesliga, Hertha letztens mit dem Sieg gegen Freiburg heimwärts am Sonntag. Nun soll der nächste Folge Ingolstadt in Hamburg, glaube ich, verloren. Ja, und Kommentator mit Ihnen heute Galaza IP, das Ingolstadt-Zeichen sieht ziemlich komisch aus in diesem Stadion, aber gut. Ja, Ibizovic im letzten Spiel mit dem Treffer spielte die von Hansen, Martin Hansen, Ablösesumme für 2.900.000 gezahlt. Hier sehen wir die Ingolstädter. Und nun die Aufstellung der Ingolstädter im Tor, Hansen, dann H-Direktionen oder so, Martin Wahl und Jungbilden, die Abwehr, Roger Groß und Kohen, die Abwehr, das Mittelfeld und Kittel, Lescano und Hartmann, den Sturm. Die Abwehr, ja. Das zentrale, defensive Mittelfeld, so wie es aussieht, aber egal. Timo Lenz in seinem 2. Spiel. Ja, und nun die Aufstellung von Hertha BC. Jaschein Weiser, Langkamp, Brooks und Plattenhardt in der Abwehr, außer Jaschein im Tor. Skebrek, Kalou, Darida und Eswein in Mittelfeld, Ibizovic und Selke vorne. Das heißt, Stocker ist raus, äh, Kurt ist raus, dafür Darida rein. Ja, aber ansonsten hat sich nichts verändert, auch nicht an der Startformation. Ähm, ja. Wir haben Anstoß. Leiter der Partie ist Harald Fimmler. Und, dann geht's auch los in der Partie Ingolstadt gegen Hertha BC. Ja. Ich übernehme dann ab hier. Ne. Äh, Ingolstadt sollte jetzt eigentlich kein so schwerer Gegner sein. Ähm. Aber man weiß ja nie, Skellbrett legt ab auf Selke. Eigentlich wollte ich den hoch haben, aber da hat er mich ziemlich ungerissen. Wollte mal kurzzeitig zeigen, wer hier der Herr am Haus ist. Äh, Ingolstadt macht ziemlich Druck gleich am Anfang. Ähm, ne. Hallo. Will ich aber nicht. Danke. Äh. Ne. Danke. So, zack, Plattenhardt. Was auch immer Kalou jetzt da hinten macht. Er ist eigentlich das linke Mittelfeld und nicht Plattenhardt. Ähm. Ja. Zu Gast in Ingolstadt. Den wollte ich gar nicht auf ihn haben, auf Ibizovic, sondern auf Plattenhardt. Ähm. Mal sehen, ob wir den nächsten Sieg einfahren. In den News stand, dass wir heiß begehrt sein. Ähm. Und erfolgreich sein wollen als Trainer. Ich mein, welcher Trainer will das nicht sein, aber. Wir haben gerade mal ein Spiel gespielt. Oder insgesamt vier. Aber eins in der Bundesliga-Saison. Und haben das gewonnen direkt. Ja, hier. Äh. Der soll Nationaltrainer werden. Und bla bla bla. Und. Der soll bald mal große Vereine trainieren. Ähm. Und ich will nicht mal sagen, dass Hertha nicht mal ein großer Verein ist. Also ich mein. Momentan sieht's so aus, als ob. Ne, so ist ja die Champions League vor der Tür steht. Zumindest die Qualifikation. Ähm. Ja. Und ich glaub aber eher weniger, dass sie sich in der Champions League durchsetzen können, sondern eher, äh, sich dann auf den dritten Platz fallen lassen. Äh. In der Gruppenphase und dann in die Europa League direkt kommen. Ähm. Womit ich schon rechnen könnte, dass sie ins Finale des DFB-Pokals dieses Jahr kommen können. Dafür müssten sie jetzt aber mal als nächstes, schon in der, ähm, achte Finale, also dritte Pokalrunde, ähm, Dortmund heimwärts schlagen. Ich mein, im Olympiastadion in der Bundesliga-Partie, äh, ging's unentschieden aus, 1-1, Hertha geführt, durch Stocker. Dann, äh, war das Spiel aber heiß, äh, von Fouls in allem. Dadurch, dass ja Thomas Tuchel sich beschwert hat, dass er durchgehend gefoult wird, hab ich mir mal gedacht, aber so wie die sich fallen lassen, kein Wunder, dass es dann, dass die V-Statistik dann gegen, äh, den Gegner von Dortmund spricht. Äh, gut. Äh, weil die haben sich ja wirklich bei jedem Scheiß fallen lassen, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und dann auch noch so einen auf unschuldig zu tun und der war noch nicht draußen, meine Fresse. Ähm, dann auf unschuldig zu tun, aber auch hier gelbe Karten wie sonst was zu kassieren und, ähm, durchgehend, äh, zu faulen, aber harte Fouls, nicht Berührung, Umfallen, Foul für Hertha, also Freistoß für Hertha. Ähm, nee, Grätsche, umgehauen und Freistoß. So, ja. So, und dann auch noch eine rote Karte bekommen. Ich mein, Hertha hat auch eine rote Karte bekommen, aber später. Ähm, ich will nicht sagen, dass die rote Karte jetzt berechtigt war, aber nach den ganzen Dingern, die die da ausgepackt haben, war sie dann schon berechtigt. Äh, so wie die sich benommen haben in dem Spiel. Ja, danke. Ähm, war das nicht normal. Ja, letztes Jahr im Halbfinale war ja das Spiel Dortmund gegen Hertha, oder Hertha gegen Dortmund, auch im Olympiastadion, ähm, ging das Ding 3 zu 0 für Dortmund aus. Gerade wo Hertha wiederkam, also wo Hertha, äh, einigermaßen gut gespielt hatte. Fuck! Wo Hertha einigermaßen gut dabei war, hatten sie dann, äh, so ein Scheiß Gegentor bekommen, was eigentlich hätte vorher Freistoß sein müssen, und dann beim zweiten Tor, äh, auch einfach unnötig passiert, weil der Schießrichter was nicht gegeben hat. Und, ja, und wie das jetzt hier entstehen konnte, weiß ich auch nicht. Aber hoffen wir mal, dass wir den Ausgleich schießen. Aber ich konzentriere mich mal vielleicht kurz. Könnte das hier was werden? Jo. Alles klar. Freistoß. Schon mal nicht schlecht. Oh, dann machen wir da mal Esswein. So, da hin. Zack. Und Kopfball! Und der wäre auch beinahe drin gewesen. Was? Was ist denn jetzt passiert? Hm. Ja, ich weiß nicht, ob die Führung jetzt hier verdient ist oder nicht. Ich glaube aber eher weniger. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ähm. Besonderlich gut im Spiel ist jetzt Ingolstadt nicht. Foulen auch kaum. Äh. Ja, was das jetzt von Darida war, ich weiß es auch nicht. Aber ist schon okay. Ah, der kommt natürlich auch noch an. Nein. Sag mal. Willst du mich eigentlich verarschen? Mann, Kalou lauft nicht immer in die Abwehr. Der spielt immer überall, wo er nicht sein soll. Und da... Und da... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ob es in Ordnung geht, kann man sich drüber streiten. Ich fand jetzt nicht, dass Ingolstadt so oft aufs Tor geschossen hat, aber gut. Was das jetzt auch immer war, weiß ich auch nicht. Okay, pass rüber. Zack, Kalou, nerf. Selke ist in der Mitte. Kalou flankt, aber ich weiß nicht, wohin. Hä, irgendwie ist dieses Spiel jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Komm schon. Sauber von Weiser. Ey, ich will immer in eine völlig andere Richtung drehen und die drehen sich immer zum Spieler. Was macht der denn? Nimm den doch in die Hand. Ich köpfe den da zurück und der nimmt den nicht in die Hand. Find ich gut, dass ich ja einfach so durchrennen kann. Warum der mich jetzt auch schon wieder einholt, weiß ich auch nicht. Okay, Selke ist da. Ibišević. Oder Stocker, ich weiß es nicht. Aber wieso macht der den nicht? Wieso macht der den nicht? Ich verstehe es nicht. Okay, schön durchgesteckt. Ingolstadt muss als nächstes gegen Bayern. Nein, Selke verpasst. Ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Hey, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Hä? Was geht mit Kittel jetzt ab? Was habe ich denn jetzt schon wieder... Mann, warum hat Selke bloß verpasst? Ey, leck mich doch. Wie kann das denn sein? Der war so safe drin. Oh, der geht natürlich nicht rein. Komm schon, den hat er. Sauber. Oh, ich wollte den auf Ibišević und nicht auf Stocker. Schön, super. Mann, ey, das gibt es doch gar nicht. Okay. Ey, pass den doch mal durch und nicht gegen den Abwehrspieler. Mann. Ey, das 1-0 ist wirklich inzwischen schon fast lächerlich. Ja, alles klar. Was? Alles klar. Als nächstes gegen Barcelona. Ähm. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn wir schon... Alter, pfeift doch mal auch was für uns! Ey, da pfeift der ein Freistoß, wenn Ibišević ein Stück zu spät kommt. Aber wenn der, der uns da umgerätscht, wenn wir gerade durchrennen wollen, das ist dann völlig okay, oder was? Oh, na klar. Na klar. Ey. Mann, fick dich doch! Mach doch auch mal irgendwas! Also, wem willst du hier erzählen, dass das Ding hier... Ja, komm, und noch öfters, ihr... Ach, das ist ein Vorteil, ja, na klar. Am besten gleich noch eine gelbe nach. Und wo bleibt sie? Na klar, ey! Spast, ey! Ey, wie kann das denn sein, dass der Typ einmal gegen mich läuft und sofort den Ball bekommt? Den musst du ja noch nicht mal ein Bein ausstrecken, der muss nur gegen mich laufen. Ey, was macht ihr da? Was zur Hölle macht ihr da? Kann es doch sein, dass die Zeit immer schneller abläuft, wenn wir hinten liegen? Ja, na, boah... Pfeif doch mal bitte irgendwas! Meine Fresse, ey! So, und das gibt jetzt auch mal irgendeine Karte. Boah, ey! Oh, Selke ist wieder da, aber kommt wieder nicht an den Kopf. Ey, ich hab nicht in die Richtung gelenkt. Ich hab auf... Genau auf Selke gelenkt. Ja, und jetzt können sie das Ding runterspielen. Super. Boah, ey! Was machen die da bitte hinten? Was ist mit dem Schluss? Ey, das kann nicht wahr sein. Wie kann ich da hinten so offen freistehen? Wie? Ich hab nichts gedrückt. Ich hab nicht auf Offensiv gestellt. Ich hab gar nichts. Ey, wirklich. Ich schwör's euch. Jetzt hab ich auf totaler Angriff gestellt, ja. Weil es ja eh nichts anderes mehr übrig bleibt. Ja, na klar, na klar, na klar, na klar. Na klar. Der muss nur einmal grätschen und kommt am Ball. So, und jetzt kommt das 3-0. Und dann hasse ich euch alle. Wie kann der schneller sein als Plattenhardt? Plattenhardt. Jo, alles klar, Brooks. Und? Dann rennt er nicht mal hin. Und gewinnt nicht den Zweikampf, ey. Fickt euch doch alle so hart in eure... Weiß ich nicht was. Pass auf, wenn wir in den nächsten Spiel schlagen, war dann Barcelona. Also dann versteh ich's wirklich nicht. Selbst den verkackt er. Selbst den verkackt er. Und dies verstand er frei von dem Tor. Wirklich, ey. Das Spiel... Ich weiß nicht. Verdient oder nicht? Man kann's sehen, wie man will. Naja. Also ein 2-0... Hm. Kann man drüber streiten. Es gab null Ecken. Hm. Na ja. Okay. Wir sind in der Gruppe mit Barcelona. Und als nächstes geht's dann... gegen Barcelona. Ja. Motivieren Sie mal. Scout-Bericht fing... Ach ja. Ich hab mich auch so ein bisschen wegen Emil Fussberg. Ich mache mir Gedanken, Trainer. Mir liegt was... äh... mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. gegen Barcelona. Ja. Aber wenn du jetzt einen guten Job machst, hast du, glaube ich, die Startaufstellung verdient. Also, ich weiß ja auch nicht. Gegen Barcelona. Ja, gut. Würde ich sagen, dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Jetzt bin ich um der 76 runter, ey. Und... Dann heißt es... gegen Barcelona. Gleich ein paar Tage später gegen Schalke. Alter. Ihr habt doch nicht alle gelaten, da und Zaun, oder? Ja, für Mexiko bestimmt. Ach, leckt mich doch. Bis übermorgen.